Das bundesweite Projekt Notinsel soll Kindern in Not- und Gefahrensituationen Schutz bieten. Die entsprechenden Notinsel-Symbole befinden sich nun gut sichtbar an den Fahrzeugen des jener Nahverkehrs. Kinder in Angstsituationen erhalten damit zusätzlich zu den bereits 73 bestehenden Notinseln an 80 weiteren mobilen Anlaufstellen in jener Schutz. Es ist uns sehr wichtig zu zeigen, dass wir für Kinder, die in Notsituationen geraten, die allein nicht wissen, wie sie nach Hause kommen oder andere Nöte haben, da zu sein und für diese Kinder eine Anlaufstelle zu bieten. Zum Glück kommt das nicht sehr oft vor, aber wenn es vorkommt, sollen die Kinder wissen, wo sie sich hinwenden können. Die Kinder sind einfach an diesem Ding unterwegs, in der Straßenbahn oder im Bus. Das bedeutet, man muss nicht aussteigen und sich die nächste Notinsel suchen, sondern man kann vor Ort direkt den Fahrer fragen, je nachdem, was es dann für ein Problem gibt. Und das sehe ich als großen Vorteil. Und was dazu kommt, dass es eine Menge Notinseln sind, die dann auch an Orten sind, wo wir jetzt noch keine Notinseln haben, sage ich mal. Also wir sind halt sehr zentrumszentrierend, da gibt es viele Bereitschaften. Aber wenn man weiter raus in die Wohngebiete kommt, da wird es dann immer dünner, beziehungsweise irgendwann hört es dann ganz auf mit Standorten. Und da freuen wir uns, dass wir dann sozusagen ab und zu auch eine Notinsel an weiterer Stelle haben. Die Fahrer des Nahverkehrs wurden in ihrem Dienstunterricht für mögliche Situationen geschult. Im Ernstfall können sie eine Hilfskette in Gang setzen, um der in Not geratenen Person zu helfen. Wir bieten im Prinzip dem Kind dann erstmal einen Schutzraum. Und es muss ja nicht immer ein Kind sein. Das kann ja auch ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener kann ja auch Angst haben. Und ja, dann setzen wir halt die Kette in Gang. Entweder funken wir dann halt die Leitstelle an, gehen erstmal auf das Kind ein oder auf die Person. Und ja, die Leitstelle regelt dann das Folgende. Dann kommt eventuell der operative Dienst. Oder halt, wenn es eine schwere Sache ist, kommt vielleicht auch die Polizei. Wichtig ist erstmal einen Schutzraum bieten und auf die Person eingehen. Vertrauen schaffen im Prinzip, also nicht wegschieben. Mit diesen mobilen Notinseln wird es nun möglich, das vorhandene Netz weiter auszubauen, die Wege für Hilfebedürftige zu verkürzen und den Alltag noch sicherer zu machen. Diese Vorteile werden nun auch den Kindern in der Verkehrsschule des Jena-Nahverkehrs beigebracht. Und in der Vergangenheit hat sich bereits gezeigt, dass Notinseln das Sicherheitsgefühl verbessern können. Ich selber hatte so eine Situation noch nicht, dass ein Kind zu mir gekommen ist. Ich hatte es selbst im Nachtdienst schon einmal, dass eine junge Frau kam und hat sich nicht getraut, an der Haltestelle auszusteigen im Dunkeln, weil sie halt dachte, sie wird verfolgt oder bedroht oder wie auch immer. Und kam dann in der Endhaltestelle zu mir und sagte, sie würde gern noch in der Bahn bleiben und dann erst auf dem Rückweg aussteigen. Die Situation hatte ich schon einmal. Aufmerksam wird den Worten des Verkehrsschullehrers gelauscht. Neben der allgemeinen Schulung über die Verkehrssicherheit wird den Kindern zudem beigebracht, wie sie sich in Notsituationen zu verhalten haben. Die Kenntnis über die Notinseln bildet dafür einen zentralen Aspekt. Wer also künftig eines dieser Symbole an Bus oder Bahn entdeckt, weiß nun, wo wir sind, bist du sicher.